Ja, herzlich willkommen hier zurück bei eurem Mr. Freako, bei Let's Play Papo und Yo. So, Folge 6 hier. Unser kleiner Charakter wird immer nackter. Charakter wird nackter, reimt sich sogar. War gar nicht, noch nicht mal gewollt. Wo müssen wir jetzt hin? Ich schätze mal da oben hoch, ne? Gehen wir mal wieder schön auf den Bauch hier. Drehen wir uns mal, wie ging das nochmal? Ja, so. Und dann los. So, wunderbar. Alles im Griff hier. Was macht er jetzt? Er bewegt sich fort. Wir können ja... Oh. Scheiße. War das jetzt richtig, hier runter zu springen? Ich denke mal schon, ne? Jumpen wir einfach mal hier runter. Nein, meine. Wo müssen wir jetzt damit hin? Ich weiß gar nicht, wo was wir jetzt machen müssen. Verdammt. Auf jeden Fall mal da drauf, aber... Tja. Achso, okay. Die geht wahrscheinlich gleich wieder weg. Ganz schnell hier hoch. So, geschafft. Schlüssel aktivieren hier. Einmal ein Schlückchen trinken. Bei diesem Schweinewetter. Also so ungefähr, wie es im Spiel ist, so ist das Wetter momentan auch hier im Real Life. Muss eben noch mit Fahrrad fahren, ey. Naja, gucken wir mal hier in unsere Kiste. Was uns da wieder erwartet. Einige Häuser in dieser Gegend haben ganz besondere Eigenschaften. Ja. Jedes neue Haus, das du aufstaffelst, bringt dich noch höher hinaus. Lass dabei aber Monster nicht zurück. Ja, okay. Wir müssen mit ihm hoch hinaus, oder was? Was ist das hier merkwürdiges? Oh, oh. Fällt da... Wow. Mann, war das laut. Ähm. Ja. Aktivieren wir mal. Hä? Okay. Tja. Und wir sollen Monster nicht zurücklassen. Ich hoffe, wir machen jetzt nichts verkehrt, weil gleich kommen wir ja nicht mal da ran. Da oben hängt irgendwas. Tja. Scheiße. Wir hätten doch da erst hochgemusst, oder? Wie kommen wir da jetzt noch hoch? Kacke, ne. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist ja nochmal eine Treppe. Ah, gut, hier ist eine Leiter. Sehr schön. Kommen wir da doch noch ran, denke ich mal, irgendwie. Oder? Scheiße. Scheiße. Können wir hier drauf? Ja, aber ich glaube, das bringt Trotz trotzdem nicht weiter. Ne. Scheiße, ne. Wie soll ich denn da jetzt hoch rüberkommen? Ah. Oh lol. Kein Plan. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Was passiert hier? Okay. Und jetzt? Achso, das wird eine Brücke. Ja. Was macht er denn? Oh Mann. Scheiße, uns fehlen aber noch Häuser. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Verdammt. Das ist nicht so gut gerade hier. Hä? Woher kommen wir nicht rauf? Hä? Da müssen wir noch raufkommen. Ja, geht doch. Komm schon. Ah, Mist. Fuck, wie soll ich denn da oben hinkommen? Verdammt. Kann ich nochmal die Häuser hier zurück machen? Ne, ne? Scheiße, ey. Ist doch kacke. Mist, ich weiß jetzt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Wäre gut, wenn wir da rüberkommen. Aber schaffe ich ja irgendwie anscheinend auch nicht. Mist, ey. Komm schon. Ah, Mist. Klappt nicht, ey. Da kommen wir auch nicht rüber. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich habe es schon verkackt, oder, Leute? Habe ich es schon verkackt? Ja, ne? Ich schätze schon. Weil ich komme ja nicht weiter. Die Häuser kann ich irgendwie nicht wieder zurück machen. Ich glaube, ich muss hier neu starten. Oder wir gehen mal hier rauf. Können wir schon, ja. Bringt uns auch nichts, oder? Oh, okay. So kommen wir schon mal rüber. Okay. Da ist auch noch eins. Kommen wir aber noch nicht rauf. Brutal. Sehr brutal. Oha. Ah, wir können es auch noch so bewegen. Ach so. Ja, guck mal an. Ach so seitlich auch noch. Dann kommen wir auch da hin. Sehr gut. Äh, äh. Ah, Käffchen. Käffchen tut gut. Ah. Ja, das wird doch so langsam. Kommen wir ja doch überall ran. Plus, wie bringen wir dann ein Monster da rüber? Das wird auch noch mal heikel. Kommen wir da jetzt rüber? Ja, oder? Können eigentlich auch... Oh, das ist aber weit. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Ne. Scheiße. Da fehlt uns noch irgendwie was. Da oben ist bestimmt noch eins. Ne? Wie kommen wir da denn hin, ey? Scheiße. Keine Ahnung. Können wir es vielleicht wieder ein bisschen rein machen? Ne, kommen wir nicht hoch, ne? Schätze ich mal. Sollen wir es so lassen? Ich glaube nicht. Äh. Ne. Nicht so wirklich. Ne. Kein Erfolg. Geh einfach mal hier rüber. Ah, hier ist wieder ein cooler Fußball. Bam. Können wir auch hier ran. Sehr gut. Junge, jetzt geht es aber echt brutal. Alter, wie viele Fußball liegen hier denn? Da, da, da. Wo geht es denn hier lang? Ha? Hat er auch wieder was zu sagen hier. Mann, das sieht ja freaky aus hier. Oh Mann, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Jawohl, geschafft. Erreichen wir ja doch alles. Ohne Probleme. So, da müssen alle gewesen sein. Ach, das da hinten vielleicht noch, ne? Kann sein. Keine Ahnung. Normalerweise, boah, Junge, wie. Ach, da hinten sind auch noch welche. Wie komme ich da denn hin? Irgendwie von hier. Ach, da hinten ist eine Leiter. Da können wir hoch, schätze ich mal. Kommen wir da rüber? Nein. Ach, ne, aber nicht gestorben. Gut. Ach, scheiße, da muss ich ja da hoch. Oder kommen wir irgendwie von da hinten rum? Ach, ne, die Leiter war ja da oben, ne? Scheiße. Irgendwie müssen wir da hoch. Oh, ha. Meinst du, das geht? Ich weiß es nicht. Wenn wir das so machen. Mal schauen. Ja, müsste funktionieren. Oder? Oh, oh, oh. Äh, scheiße. Ging nicht. Millimeter. Wir werden noch ein bisschen hoch machen. Ob das wohl geht? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Scheiße. Mist. Ah, die Musik ist gerade ein bisschen laut, finde ich. Sound. Mal ein bisschen leiser stellen, ey. Finde ich gerade ein bisschen übel. So. So. Ja. So. Zurückspiel fortsetzen. Scheiße, wie soll man jetzt da hochkommen? Verstehe ich gerade nicht. Da hinten ist eine Leiter. Ja. Bringt uns aber auch nicht weiter. Leiter bringt uns nicht weiter. Reibt sich auch schon wieder. Hm. So recht. Warte mal. Ach, guck mal. Da hinten kommen wir doch hin. Ja, da geht. Müssen wir das gerade nochmal runter machen. Da unten kommen wir aber hin. Auf jeden Fall. Das reicht uns ja auch schon. Und mit dem Block können wir dann auch da oben hin. mit dem Häuschen. Mann, Mann, Mann. Hä? Oh. Heftige Gebäude hier. So, jetzt aber. Bisschen hoch. So. Da müsst ihr auf jeden Fall hinhauen. Weil es ist ja jetzt ein Block mehr. Jawohl, geht. Wunderbar. Haben wir hier wieder ein bisschen was. Hä? Äh. Was haben wir da noch? Müssen wir da irgendwie hoch? Nee, ne? Denk ich nicht, oder? Ne, gehen wir einfach da hinten jetzt mal lang. So. So, holen wir uns das noch. Und dann noch das da unten. Hier oben ist keins mehr, ne? Nee. Dann nur noch das. Dann müssten wir es haben. Aber wie es dann weitergeht, weiß ich noch gar nicht. Wie wir ihn denn darüber kriegen? Da bin ich mal sehr gespannt. Alter. Bei ihm, wie muss da ja darüber laufen? Keine Ahnung. So. Kein Plan. Reicht ja jetzt, ne? Und wir kommen auf jeden Fall darüber. So. Aber wie das jetzt funktionieren soll, weiß ich noch nicht so ganz. Wir schnappen uns erstmal so eine Kokosnuss hier. So, dann kommen wir mit. Folgt er uns? Ich hoffe es mal. Geht er auch hier hoch? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer kommt hier nicht hoch? Hä? Wie soll das denn funktionieren? Hä? Keine Ahnung. Okay. Kommen wir hier überhaupt lang? Ich gehe einfach mal da jetzt hin. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Tja. Die liegt jetzt da. Scheiße. Was dat hier? Aha. Okay. Ich verstehe. Na, wo hängen wir denn? Wir hängen hier im Schlamm fest. Aber. Ach, da unten. Ah, okay. Dat nehmen wir mal mit. Spring, jumpen wir mal hier runter. Bam. Hier ist doch noch was zum Drücken. Aber natürlich. Na, komm mal her, mein Süßer. Na, los, komm. Hier bin ich. Hallo. Hallo, hallo. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Folgt er mir? Jawohl. Hier war das. Oder wo? Ich glaube hier, ne? Äh. Ja. Eigentlich hier, glaube ich. So. Jetzt muss er da bloß bleiben. Das ist natürlich jetzt blöd. Hauptsache, er bleibt doch da. Könnte knifflig werden. Ah, er legt sich pennen, ne? Das ist sehr gut. Das ist perfekt. Dann kriegen wir das ja ohne Probleme hin. Wenn er da jetzt auch richtig war. Ich glaube schon. Jawohl. Geht doch. Jetzt haben wir bloß keine Kokosnuss mehr. Aber er geht, glaube ich, drauf, ne? Perfekt. Jawohl. Haben wir's geschafft. Was erwartet uns hier? Checkpunkt. Checkpoint. Okay. Da ist irgendein Eingang. Wir gucken uns aber erstmal wieder die Kiste an. Oh, da geht's aber tief runter, du. Was geht hier ab? Guck nach oben. Siehst du dort etwas Besonderes? Äh. Welcher ist der richtige? Aha. Sind mehrere Schlüssel hier anscheinend. Warum? Was ist denn oben? Ach, da. Oh lol. Wie kommen wir denn da hin? Okay. Er pennt da erstmal. Dann haben wir auch erstmal hier unsere Ruhe. Hier können wir runter. Was ist denn hier? Schon wieder so eine Puppe. Hm. Sollen wir später raten, wie viele das waren, oder was? Das wäre ja mal kacke, weil ich es mir überhaupt nicht gemerkt habe. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Was können wir hier denn noch aktivieren? Können wir hier auch runter? Ich glaube nicht. Wäre nicht so gut. Kommen wir gleich nicht mehr hoch, oder was? Ich mach's einfach mal. Komm, egal. Oh oh. What the fuck? Jetzt kommt so ein richtig geiles Rätsel hier, oder was? Oh, wer ist der richtige? Okay. Ich muss es mir merken. Oh oh. Schnell. Nimm die Mitte. Sonst werden wir hier eingequetscht. Oh. Okay. Jetzt wieder merken. Ähm. Es war der. Nimm ihn. Jawohl. Jetzt bestimmt noch einmal. Hä. Und wieder links. Jawohl. Geschafft, Leute. Das war ja nicht so schwer. Das war easy. Wie kommen wir jetzt hoch? Aha. Sehr schön. Was erwartet uns da?